I am the one, I am the one, I am the one OOOH OOOH Wie geht meine Freunde? Ich bin gerade hier in London. Jody, ganz kurz. Wie ist die Stimmung? Ja, scheinbar nicht so gut. Jedenfalls habe ich gerade noch Dateien von der Savity One Cup vor letztem Wochenende zugeschickt bekommen. Und ich habe mir gedacht, das wäre super, super wichtig, wenn ich das einfach mal ein bisschen zusammenschneide. Es ist totaler Rotz-Content geworden, aber ihr seid ja bei mir nicht anders gewöhnt. Deshalb lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. An die ganzen YouTuber, die drin gewesen sind, bitte merkt euch, das ist alles persönlich gemeint. Und ich hasse euch alle abgrundtief und jetzt ganz viel Spaß von diesem hingekackten Video-Hauf und Scheiße. Nice. So wird man auf YouTube erfolgreich. Hey, Luka, wir haben uns morgen eine Befragung an dem Sieg. Ja. Wir haben Nummer 1. Wie viel ist die Zuschauer über die Zeit? Also, ich bin von 2. Ich bin von 3. Frage Nummer 2. Wie ist die Länge zum 2? Ich bin auch noch ganz vorne gebeten. Frage Nummer 3. Oh! Okay, kurze Frage an die Zuschauer. Wen hast du denn am meisten? Ich komme! Rapper! Super, dann hätten wir das aufgeklärt. Dankeschön. Ich glaube, hier vorne ist Marcel Skorpion. Ich komme jetzt zu einem... Marcel, wie ist die Stimmung bis jetzt? Marcel Skorpion, eine Antwort. Warum ist deine Nase so unglaublich lang? Wer kommt auf die Idee, dem Typen ein Mikrofon zu geben? Na klar. Ich helfe kurze Frage. Das Event heute, das haben wir da auch, oder? Ich habe das Akustum nicht verstanden, was? Das Event heute, das merkst du mir auch, oder? Nichts. Mega geil, ja, nächstes Mal auch. Ähm, Kepp, ganz kurze Frage noch. Für jeden Zuschauer, wie viel Zeit habt ihr das gemacht? So viel wie nötig ist. Manchmal eine halbe Minute, manchmal zehn Sekunden, wenn jemand so ein Foto möchte. Es ist denn so, dass du sagst, dass jeder Zuschauer im Office ist, oder nicht? Ich habe das kürzlich wieder nicht verstanden, weil das so laut ist hier. Würdest du sagen, dass jeder Zuschauer im Office ist, oder nicht? Im Autos? Office. Was ist das? Würdest du sagen, dass jeder Zuschauer im Office ist, oder nicht? Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Super, perfekt, dann gehen wir weiter zu. Junge, Alter. Serkan, ganz kurze Frage, wenn man so assi-Content macht wie ihr, schämt man sich dafür nicht? Die gleiche Frage könnte ich dir auch stellen. Okay, andere Frage. Deine Musikkarriere, die kommt ja nicht richtig ins Laufen, weil du scheiße bist im Rappen. Wann hast du denn mal vor, dich zu verbessern? Äh, ich denke, ich bin gut genug, Alter. Würdest du, denkst du, dass du im 1 gegen 1 Kampf gegen Apo Red ohne kratzen und nur rappen gewinnen würdest? Er ist mein Bruder, ich schlag mich nicht mit ihm. Nee, nee, nur rappen halt. Ach so, rappen? Ja. Ja, schwierig. Könntest du vielleicht ganz kurz einen kleinen Freestyle droppen? Ey, ich bin hier mit Rehwi Inside. Hoffentlich haut er jetzt ab, weil ich muss weitermachen. Super Reimtaktik, Alter. Ich sehe da echt großes Potenzial bei dir. Vielen, vielen Dank. Super, Dankeschön. Max, hast du Spaß? Vielleicht ganz kurz, Max. Oh, ja. Ich hab die kurze Frage an dich. Ich dachte, ich bin, das ist weg von Mauro, oder? Geil. Wer ist denn hier von den Zuschauern? Von den Zuschauern, ne? Und da finde ich, wir sehen auch aus, also charakteristisch, wie es mauer ist, oder? Ja, ja, genau. Wie läuft es denn bei euch im Metz? Sehr gut. Ja? Aus der Ordnung. Geil. Darf ich ganz kurz was fragen? Ja, klar. Hi. Dacht, du möchtest mich was fragen. Ja, wie ist die Stimmung? Ja, ganz gut eigentlich, oder? Was meint ihr? Stimmung ist super, oder? Richtig. Wie gefällt es dir hier? Ja? Ja. Hast du denn noch Spaß? Okay, super, perfekt. Ja, wir werden jetzt ganz kurz Krapi und Krapi und Kass interviewen. Ich bin, komm mal her! Ich bin von der Redaktion, ich habe ein paar Fragen an dich. Jetzt like es sehr groß zu aus, bist du aufgeregt? Müssen wir das beantworten, Regie? Äh, ist gleich los, da bist du aufgeregt oder nicht? Ja, ich bin richtig am Zitter. Soundcheck ist manchmal auch, oder? Haben wir noch nicht gemacht, müssen wir machen jetzt. Ist denn Amor auf der Bühne, oder nicht? Wer? Amor? Amor? Amor. Siri? Ja. Der hat mich gerade geküsst, Alter, wer war das? War er das? Du wirst sehen, wer dich heute Abend küsst. Du wirst sehen, du wirst sehen, was du davon hast. Soll ich jetzt sagen, wie der Tag gewesen ist? Also der Tag... I am the one... Der Tag war bis heute echt gut. Es hat Sau... I am the one... Ha! ¿Dannierde Tag-D isch? Vielen Dank. Vielen Dank.